So, jetzt kommt die Creme de la Creme. Alles gut. Mit den Mützen auf. Moin, Timmy. Oha. Jetzt geh ich mal rum. Jetzt kommen sie aber runter, die Jungs. Alle Leisner, Leisner hat ein gutes Spiel gemacht. Das muss ich schon sagen. Der Bakker rief vorne weg. Den hätten wir gut gebrauchen können in Kiel als Konterstürmer. Jetzt haben wir hier Haie auch wieder dabei. Unser Naray. Naray hat mir nicht so gut gefallen. Aber wie gesagt, das war ein Spiel. Oh, jetzt kommen die ganzen Jungs hier. Auch da wieder. So ist er. Das finde ich ja geil. Unser Quarteng ist dabei. Das hat er verdient. Moin. Moin, Sonny. Moin, Sonny. Oha. Irgendwann. Da fahren wir nicht so toll. So, da sind sie alle unten. Und wir haben sie alle drauf. So, Jungs, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Mir geht nicht. Peter muss ja nicht weg sein. Mit seinem Auto. Zum TÜV. Tschüssi. Das wird teuer. Das wird teuer mit dem BMW. Das wisst ihr. Ich muss ein Darlehen aufnehmen. Alles klar. Tschüssi. Alles klar. No, nur raus 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 raus. Tschüssi.